Dürfen wir bitte Ihre Aufmerksamkeit haben, Damen und Herren, wir werden jetzt Boarding beginnen. Wir werden Internat mit Kunden beginnen, die mit besonderen Bedürfnissen Unterstützung und diejenigen erfordern. Wir werden dann Kunden einsteigen, die Premiere Boarding gekauft haben. Anschließend werden wir Kunden, die mit Kindern unter fünf Jahren reisen, bitten, in das Flugzeug einzusteigen. Alle anderen Kunden wird dann an Bord angefordert werden. Sie werden daran erinnert, dass Sie nur ein Handgepäckstück an Bord mitnehmen dürfen, abgesehen von Kunden, die Premiere Boarding gekauft haben und zwei Handgepäckstücke mitnehmen dürfen. Sie werden gebeten, Ihre Reisedokumente und Ihren Reisepass zur Einsicht bereit zu halten, wobei Ihr Foto deutlich sichtbar ist. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, bilden Sie bitte eine Warteschlange hinter der weißen Linie auf den Boden und warten Sie darauf, an den Schreibtisch weitergeleitet zu werden. Wir bitten nun alle Kunden mit besonderen Bedürfnissen oder denen, die als Sie seitens benötigen, das Flugzeug zu besteigen. Alle anderen Kunden bleiben bitte sitzen. May we have your attention please. Ladies and gentlemen, we will now commence boarding. We will start boarding with customers who require assistance and those with special units. We will then board customers who have purchased Premier Boarding. Following this, we will board customers traveling with children under 5 years of age. We will then board all other customers. You are reminded that you may only take one piece of hand luggage on board with me, apart from customers who have purchased Premier Boarding, who may take two items of hand luggage with me. You are kindly requested to have your travel documents and passport ready for inspection, with your photograph clearly visible. When asked to come forward for boarding, please form a queue behind the right line on the floor and wait to be called forward to the desk. So, we now request any customers with special units or those who require assistance to board to please come forward. All other customers please remain seated. Pouvons-nous avoir votre attention s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs, nous allons maintenant commencer l'embarquement. Nous commencerons avec l'embarquement des clients qui ont besoin d'assistance et de ceux ayant des besoins spéciaux. Nous embarquerons ensuite à bord des clients ayant acheté le premier embarquement. Par la suite, nous embarquerons les clients voyageant avec des enfants de moins de 5 ans. Tous les autres clients peuvent alors embarquer. Il est rappelé que vous ne pouvez emporter qu'un seul bagage à main à bord, à l'exception des clients ayant acheté un premier embarquement, qui peuvent emporter deux bagages. à l'exception des clients ayant acheté un premier embarquement. Merci.